hallo liebe leute herzlich willkommen zu dem ersten gameplay von mir jasso aus dem creative gamers team naja ich zeige euch ein gameplay von mir vor zwei tagen erspielt oder so ja ich habe mit der schallgedämpften ak gespielt und also mit rückstoß drauf und als secondary habe ich die desert eagle im akimbo die perks sind fingerfertigkeit pro hardliner pro und ruhige hand pro abschluss also killstreaks habe ich auf der 5 die predator auf der 9 die reaper und auf der 13 die a230 ja und halt ak einer meiner lieblingswaffen von mb3 black ops war die auch schon sehr nice und ja soll ich noch viel erzählen wollen jetzt durchstarten mein teammate also wir können keine du jetzt aufnehmen dann klappt irgendwas mit traps nicht ja deswegen nehme ich jetzt einen selber auf und er nimmt eins auf ja dann kommen wir schon mal zu meinen lieblingsmaps also mein lieblingsmaps sind village dome und was mag ich noch so ja interchange ist ganz okay ja und halt ich sniper gerne und und so noch meine lieblingswaffen sind mp7 um ps ganz nice also ganz heiß geworden sich im gegensatz wie also in mp2 da war die echt overpowered ja was mag ich noch die msr ist ganz geil im gegensatz also die erinnert mich immer so ein bisschen an intervention und ja was mag ich dann noch so an den waffen die fad ist auch sehr nice ja das werden an alle hasswaffen hasswaffen ich mag ich habe auf jeden fall die fmg akimbo obwohl ich habe auch ein kind mit der selber gemacht hier das weiß ich war ein fehler ich habe jetzt schon draußen sonst kann was kann ich noch sagen naja ich erzähle etwas über mich ich bin 15 jahre alt heißt jassen kommen aus nrw und der halt das erst mal über mich spiele spiele seit keine ahnung sechs nein nicht sechs jahren seit fünf sechs jahren shooter also erste war die vier aber ganz kurz nur gespielt black ops danach auch mp2 danach waren black ops dann mp3 alles durchgespielt ja mp3 bin ich auch schon im letzten christlich auf 80 ja sonst machen wir halt gameplay videos und sniper videos auch mal trick shots was so gibt es also momentan ich verkack echt die ersten paar minuten die end also die letzten die guten kitzel vom ende und zwar das go eigentlich ganz okay 32 4 geht natürlich auch recht schlecht aber der host hat alles select nur zum glück habe ich nicht gelegt also mein team war eigentlich okay außer mein teammate hat auch richtig gelegt und ja der haus war auf jeden fall richtig scheiße hier glaube ich noch geschützt da kommt der kollege gleich zu spät da seht ihr den jetzt recht zu spät ja und gleich bekomme ich dann noch eine reaper und heli oder predator eigentlich ganz okay das gameplay für das erste das ganze erste game wir haben sonst nur trick shots auf unserem kanal ja eigentlich der der energy also mein teammate wird gleich wird auch noch ein commentary aufnehmen halt im live ja weil das du nicht geht fraps macht probleme wir wissen wir haben schon googelt haben nichts gefunden ja ja wissen wir auch nicht fraps ist nicht so gut wir kaufen uns neues neues aufnahmegerät auf jeden fall ja ihr seht ihr also jetzt kommen eigentlich die ganzen kills und ich wollte mal sagen gespielt also das ist pc was ich spiele sonst playstation 3 habe ich zwar zu hause wird aber nicht so oft gezockt ja ja ps3 zock ich nur zu tifa spielen für kollegen oder so und der pc ist dann mein bereich so jetzt kommen gleich die ganzen guten kills naja das war das war es erstmal von mir ich lasse ich jetzt erst mal alleine mit dem gameplay und melde mich dann ab zum ende nochmal Ja, und da bin ich auch schon wieder, jetzt kommen keine Kills mehr, das Gameplay ist so gut wie aus, nur ich lasse euch das noch ganz in Ruhe bis zum Ende gucken. Verdient gewonnen, alle drei Basen, also Basen hatten wir bis zum Ende, war eigentlich ein recht gutes Gameplay, nur der Kollege hat halt verkackt im Moment. Ja, das war es erstmal von mir, ich verabschiede mich, ja, wir sehen uns dann wieder, tschüss. Ja, ich verabschiede mich, ja, wir sehen uns dann wieder, wir sehen uns dann auch wieder, wir sehen uns dann wieder, wir sehen uns dann wieder. Verbündete Predator-Drohne im Anflug. Feindliche Erfolge, es kommt im Anflug. Feindliche Erfolge, es kommt im Anflug.